Grill den Henssler, die neue Staffel. Hier spielt die Musik. Mit neuer Jury. Gianna y Nazarella. Neun Kochcoaches. Wir haben hier einen Sternekoch. Und der fettesten Party des Jahres. Steffen wird 50? Ja. Was wir alles vorhaben, ist wirklich irre. Oh ja, da ist richtig Feuer drin, ist geil. Müssen wir nicht mal reinziehen. Grill den Henssler, ab 9. Oktober.